Herzlich willkommen beim thematischen Screencast Synchrone Beschreibung der deutschen Sprache, genauer heute zur konstituenten Strukturgrammatik. Der Screencast bildet die Grundlage für das Seminar Synchrone Beschreibung der deutschen Sprache, ist also vor allem an Studierende im Bachelorstudium adressiert. Diese Folge ist folgendermaßen gegliedert. Zunächst blicken wir noch einmal auf die Valenzgrammatischen Prämissen und werden uns den Beschreibungsebenen sprachlicher Einheiten, nämlich der Form und Funktion dieser Einheiten, zuwenden. Danach führen wir in die konstituenten Strukturgrammatik nach Peter Eisenberg ein und geben schließlich die verwendete Literatur an. Abgeschlossen wird diese Folge des Screencasts wiederum durch eine Übungsaufgabe. Die betreffenden Positionen können im Screencast direkt aufgerufen werden. Eine Kapitelübersicht ist im Kommentarbereich zum Video verlinkt. In der ersten Folge des Screencasts hatten wir uns beschäftigt mit der Valenz des Verbs. Eine der Prämissen war, dass man mit der Valenz die als projektionistisch-konzeptualisierte Fähigkeit eines Verbs bezeichnet, Akthanden zu binden. Die größere Einheit, der Satz als lineare Ordnung, wird unter Valenzgrammatischen Ernahmen vom Verb und der in seiner Valenz angelegten strukturalen Ordnung her aufgespannt. Im Satz, der Dozent schickte dem Studenten gestern eine E-Mail, wird man der Dozent und eine knappe E-Mail als obligatorische Komplimente auffassen, dem Studenten als fakultatives Kompliment und gestern sowie mit Aufgaben und Lösungen als Supplemente als freie Angaben. Diese werden valenzgrammatisch argumentiert auch nicht vom Verb regiert und demzufolge in der Valenz des Verbs nicht angegeben. In der heutigen Folge wenden wir uns der Konzidenten Strukturgrammatik zu, der wir hier nach der Eisenbergschen Grammatik folgen. Zentral ist, dass sprachliche Einheiten nicht nur nach ihrer Form im Satz, sondern auch nach ihrer Funktion, hier als klassische Satzglieder, zu befragen sind. Denn nur in der strukturellen Beschreibung werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beschriebenen Objekte deutlich. Dabei ist zu beachten, dass es zwischen Form und Funktion einer sprachlichen Einheit keine 1-zu-1-Relation gibt. Jede Form kann für verschiedene Funktionen verwendet werden und umgekehrt. Die Vermittlung zwischen Struktur und Funktion sprachlicher Einheiten ist die Aufgabe einer funktionalen Grammatik. Eine Möglichkeit, um die Form sprachlicher Einheiten zu bestimmen, ist zunächst die Bestimmung von Wortarten, wie in der klassischen Einteilung. Dabei werden zunächst flektierbare und nicht flektierbare Einheiten unterschieden, wobei in der Regel nie die flektierbaren Wortarten wie Verb, Substantiv, Adjektiv, Determinierer, also Artikel und Pronomina kritisch diskutiert werden, sondern die nicht flektierbaren Wortarten eine beinahe undurchdringbare Gruppe umfassen, die immer wieder neu und mit anderer Perspektivierung gegliedert wird. Dabei macht es sich diese Übersicht hier schon sehr einfach, da sie auf die sogenannten Partikeln verzichtet. Ausgehend von Bestimmungen dieser Art entwickelt Eisenberg ein Modell, welches diese auch als lexikalische Kategorien bezeichneten Wortarten in ein System der syntaktischen Kategorien als konstituenten Kategorien überführt. Dieses Modell sei im Folgenden kurz vorgestellt und knapp an wenigen Beispielen illustriert. Im Kommentarbereich des Videos finden Sie eine Übersicht über die nun im Folgenden verwendeten Abkürzungen, die nicht noch einmal separat erläutert werden, verlinkt. Im Folgenden werden wir zunächst die syntaktischen Kategorien näher betrachten und uns der Differenzierung zwischen Konstituenten und Markierungskategorien zuwenden. Eine syntaktische Kategorie ist eine Klasse von Elementen, Konstituenten, die die gleichen morphosyntaktischen Eigenschaften aufweisen. In einem weiteren Schritt beschreiben wir mit den syntaktischen Relationen drei Prinzipien, die für die Bildung eines linearen Syntagmaßbedingungen sind. Damit haben wir die Form der sprachlichen Einheiten bestimmt. Im letzten Schritt analysieren wir syntaktische Relationen und hiermit unter anderem das, was man traditionellerweise als Satzglieder bezeichnet und damit die Funktion sprachlicher Einheiten. Nehmen wir das Eingangsbeispiel noch einmal auf. Der Dozent schickt dem Studenten gestern eine knappe E-Mail mit Aufgaben und Lösungen und wenden uns der Gruppe der Konstituentenkategorien zu. Eisenberg unterscheidet von den einfachen bis zu den komplexen Formen folgende Konstituentenstrategien. Zunächst Substantive, also Nomina, das sind alle Formen von Substantiven hier aus dem Beispiel in Grundform angegeben. Adjektive sind alle Formen von Adjektiven, einfache wie komplexe und auch solche, die der Form nach Partizipien sind. Verben sind alle Formen von Vollverben, Hilfsverben, Coppolaverben und Modalverben. Adverbien umfassen alle Adverbien wie gestern hier im Beispiel. Konumen sind alle Formen von Wörtern, die in der traditionellen Grammatik als Begleiter, also als Artikel oder Stellvertreter als Pronomina von Nominalen geführt werden, wie der, dem und eine als unbestimmte Artikel im Beispiel. Daneben sind weiter zu unterscheiden Präpositionen hier mit Konjunktionen im Beispiel und sowie Nominalgruppen dann auf einer höheren Ebene. Das sind komplexe Ausdrücke, die außer einem Substantiv mindestens einen weiteren Ausdruck enthalten, der auf das Substantiv bezogen ist, also zum Beispiel ein Konomen oder ein Adjektiv. Daneben werden unterschiedliche Adverbgruppen wie hier an der Universität, also ein komplexer Ausdruck, der ein Adverb enthalten kann oder eine komplette adverbiale Bestimmung betrifft. Eine Konomengruppe, das sind komplexe Ausdrücke, die ein Konomen, aber kein Substantiv wie die Nominalgruppe enthalten. Sie sind ebenfalls nicht besonders häufig wie die Adverbgruppe. Ein Beispiel wäre wie die da hinten. Die Präpositionalgruppe, das sind alle Ausdrücke, die aufgebaut sind aus einer Präposition mit Nominal und schließlich noch eine Hierarchie-Ebene darüber, der Satz, der schließlich alle Kategorien erfasst. Ebenfalls in syntaktischen Kategorien sind die Markierungskategorien zu zählen. Eisenberg unterscheidet die sogenannte Einheitenkategorien und Wortkategorien. Einheitenkategorien beziehen sich auf Merkmale der Afflektion, die in Gruppen auftreten. Diese Gruppen werden als Kategorisierungen bezeichnet. Einheitenkategorien werden in der Notation in geschweiften Klammern wiedergegeben. Syntaktische Wortkategorien werden nicht spezifisch definiert. Es sind Kategorien, die das ganze Paradigma zum Beispiel eines Substantivs erfassen können. Wortkategorien erfassen dabei nicht nur Merkmale grammatischer Natur, sondern sie können sich auch auf semantische Spezifika beziehen oder angeben, welche Elemente etwa mit einem Verb in Verbindung stehen. Schauen wir uns dafür den Beispielsatz noch einmal an. Wir hatten uns bereits die Kategorisierungen vor Augen geführt, nach denen sich Dozent bestimmen lässt. Das waren Kasus und Numerus. Syntaktische Wortkategorien beim Substantiv erfassen Genus, also Maskulinum, Femininum, Neutrum, aber auch semantische Aspekte, etwa ob Dozent ein Eigenname, ein Gattungsname oder ein Stoffname sei. Um Wortkategorien von Einheitenkategorien zu unterscheiden, werden diese in Majuskeln dargestellt. Verbale Kategorien unterscheiden sich zwangsläufig von den nominalen Wortkategorien. Hier wird zum Beispiel auf die Valenz von Verben zurückgegriffen, um anzuzeigen, wie viele Stellen das Verb bindet und welche Art die Aktanten sind, die es bindet. Schließlich sind noch die Wortkategorien der Nichtflektierbaren anzuführen, die wie Präpositionen einen bestimmten Kasus verlangen können oder einer bestimmten Konstituentenkategorie zuzuordnen sind, ohne Wortkategorien aufzuweisen, wie etwa Adverbien oder Partikeln. Eine Übersicht über die Wortkategorien der Nominale, der Verben und der Nichtflektierbaren finden Sie im Kommentarbereich verlinkt. Auf die Übersicht, der auch dieser Übersicht verwendeten Abkürzungen, wurde bereits hingewiesen. Führt man die eingeführten Aspekte in der Beschreibung der sprachlichen Elemente zusammen, ergibt sich eine erste und vorläufige Struktur der Konstituenten. Hier noch hinsichtlich der bisher beschriebenen formalen Aspekte der Konstituenten und Markierungskategorien, nach denen auch die Konstituentenstruktur und die Markierungsstruktur unterschieden werden. Dazu haben wir den Satz, der Dozent schickte dem Studenten gestern eine E-Mail mit Aufgabenlösungen etwas eingekürzt, um die Struktur hier abbilden und darstellen zu können. Zu ergänzen sind nun noch die syntagmatischen Relationen, Rektion, Konkurrenz und Identität auf der Formseite, sowie die syntaktischen Relationen zur Bestimmung der formalen Merkmale unserer sprachlichen Einheiten. Um die syntagmatischen Relationen zu erläutern, müssen wir unser aus Darstellungsgründen eingekürztes Beispiel noch einmal erweitern, da eine typische Form der Rektion, die der Karsus-Rektion durch Präposition ist. Rektion heißt, dass eine Konstituente F1 eine Konstituente F2 regiert, wenn ein Vormerkmal F2 durch syntaktische Kategorien von F1 festgelegt ist. Mit Aufgaben und Lösungen ist eine Präpositionalgruppe, die gebildet ist aus einer Nominalkruppe Aufgaben und Lösungen, deren Karsus-Dativ als Einheitenkategorie regiert wird, durch eine Wortkategorie der Präposition mit. Eine andere typische Form der Karsus-Rektion ist die des Genitivs beim Genitiv-Attribut. Von Rektion spricht man auch, wenn Verben spezifische Formen von Nebensätzen regieren, also eingeleitete Das- oder Ob-Nebensätze. Auch die Valenz des Verbs ist unter den Rektionsbegriff zu fassen, auch wenn man das traditionellerweise nicht tut. Eine Identitätsbeziehung zwischen Konstituenten besteht dann, wenn es bestimmte grammatische Kategorien gibt, denen beide Konstituenten zugeordnet sind. Im Beispiel sind die Einheitenkategorien von Aufgaben und Lösungen identisch. Sie erscheinen beide im Dativ und Plural, wobei der Dativ durch die Präposition mit regiert wird. Kommen wir zur dritten syntagmatischen Relation der Konkurrenz. Eine Konstituente F1 konkurriert mit einer Konstituente F2, wenn F1 bezüglich mindestens einer Einheitenkategorie, und das ist das Entscheidende, von F2 abhängt. Konkurrenz beruht nur zwischen beteiligten Konstituenten. Für das Beispiel greifen wir noch einmal auf unser verkürztes Beispiel Der Dozent schickte eine E-Mail zurück. Eine typische Form der Konkurrenz ist die Subjektprädikatskonkurrenz, die sich auf die Kategorisierung des Numeros bezieht. Schickte steht in einer Konkurrenzbeziehung zu der Dozent, also zur ganzen Nominalgruppe. Es hängt also hinsichtlich einer Einheitenkategorie von der Dozent ab. Natürlich ist es dabei so, dass sich die Konkurrenzbeziehung auf das ganze Subjekt erstreckt, das als Konstituente in einer Nominalgruppe gegeben ist. Innerhalb der Nominalgruppe konkurriert dann das Konomen der, hinsichtlich Casus und Numerus mit dem Nomen Dozent, wird aber hinsichtlich Genus regiert. Ein anderes Beispiel dieser Art böte die Nominalgruppe eine knappe E-Mail. Das Adjektiv knappe konkurriert hinsichtlich Numerus und Casus mit E-Mail, hinsichtlich des Genus wird es aber regiert. Da Genus eine Wort- und keine Einheitenkategorie beim Substantiv ist. Kommen wir nun abschließend nach der Formbeschreibung noch mit den syntaktischen Relationen zu den Funktionsbeschreibungen der Einheiten, die sie in größeren sprachlichen Einheiten hier im Satz haben. Relationen sind immer mehrteilig. Von der eingenommenen Perspektive ist dann abhängig, ob sich eine Konstituente im Vorbereich oder im Nachbereich der Relation befindet. Kommen wir zunächst zum Subjekt. Im Vorbereich der Subjektrelation treten Nominal- und Nominalgruppen im Nominativ auf zu Infinitive, indirekte Fragesätze und konjunktionale Nebensätze. Im Nachbereich der Relation erscheinen Vollverben, Copularverben und Modalverben. Als Prädikat bezeichnen wir die größte Form eines Verbs, die einem Satz oder einer Infinitivgruppe untergeordnet ist. Im Vorbereich der Prädikatrelation treten Formen von Vollverben und Copularverben auf. Im Nachbereich der Objektrelation tritt die Form eines Vollverbs auf, von dem das Objekt regiert wird. Im Nachbereich stehen Nominale im Genitiv, Dativ und Akkusativ. Das wäre das direkte Objekt. Anstelle des direkten Objekts können zu Infinitive, indirekte Fragesätze oder konjunktionale Nebensätze stehen. Eine weitere Möglichkeit ist die Besetzung mit Präpositionalobjekten, die hier nicht in dem Strukturmodell angegeben ist. Auch für das Prädikatsnomen brauchen wir einen anderen Beispielsatz, denn das Prädikatsnomen ist ein Nominal im Nominativ- bzw. Adjektiv in Kurzform im Vorbereich. Im Nachbereich der Relation steht immer eine Form des Copularverbs, wie hier im Beispiel Peter ist Lehrer, Peter ist gut. Das Attribut ist eine Relation, in deren Nachbereich ein Substantiv oder ein Nomen auftritt. Man spricht hier auch vom Kern der Attributrelation. Nach der Form im Vorbereich werden Genitivattribut, Präpositionalattribut, das Infinitivische Attribut, das Satzattribut, das Adjektivische Attribut, das Relativsatzattribut und die enge Opposition unterschieden. Kommen wir zum Schluss zu den adverbialen Bestimmungen. Sie bilden die heterogenste unter den syntaktischen Relationen. Im Vorbereich können stehen Präpositionalgruppen, Adverbien, Adverbialsätze, bestimmte Infinitivgruppen. Eisenberg unterscheidet hier nach Ergänzungen und Angaben, was keinesfalls mit den identischen Begriffen bei der Valenz des Verbs verwechselt werden darf. Da der Terminologiegebrauch bei Eisenberg in dieser Hinsicht zumindest bemerkenswert ist, werden wir hier die Differenzierung zwischen Angaben und Ergänzungen nicht übernehmen. Wichtiger ist, dass Adverbiale Verben und Sätze modifizieren können. In letzterem Fall erscheinen die Adverbien auf einer Ebene mit der Konstituente Satz, in die sie aber zugleich funktional integriert sind. Deshalb muss eine zweite Konstituente Satz postuliert werden, die beide Formen integriert wie in der Abbildung direkt aus Eisenberg zu sehen. Die Frage, ob im Nichtschwimmerbecken Angabe, d.h. nach Eisenberg umgebunden sei, oder Ergänzung, werden wir uns hier nicht weiter widmen, da die Differenzierung nicht nur mit anderen Relationen wie dem Präpositionalobjekt konfligieren kann, sondern auch nicht transparent auf den Valenzbegriff zurückgreift. Damit schließen wir die Beschreibung syntaktischer Grundbegriffe nach Eisenberg hier ab. Ich darf Sie noch einmal auf die im Kommentar verlinkten Übersichten hinweisen, die auch diese Slides umfassen, die hier zum Einsatz kamen, die Sie so in anderer Form auch im Seminarreder finden können. Des Weiteren möchte ich der Vollständigkeit halber noch einmal die hier verwendete Literatur zitieren, auch wenn diese etwas knapper ausfällt als in der Einführung zur Valenz. Wenn Sie üben möchten, dann können Sie dies gern am Beispielsatz der alte Mann schnitt seinem Enkel, der ihn häufig besuchte, einen Apfel in zwei Hälften. Nutzen Sie dazu alle Hilfen, die Ihnen zur Verfügung stehen, unter anderem auch die Hilfsmittel, die ich in der Einführung zur Valenz vorgestellt habe. Bis zur nächsten Folge, dann werden wir die Grammatischen Beschreibungen sprachlicher Einheiten abgeschlossen haben. Das ist die Idee. Blöde